Hallo, mein Name ist Ulrich Kaiser und ich möchte euch in dieser kleinen Videoreihe zum Thema Harmonielehre praktisch das Thema Harmonielehre etwas näher bringen. Ich hoffe, ihr habt Lust gekriegt und wir sehen uns beim zweiten Video dieser kleinen Videoreihe. Tschüss! Im Format Accessoire des Monats geht es immer darum, ein Schlaginstrument besonders zu beleuchten, was normalerweise im Hauptfachunterricht nicht so zum Tragen kommt. In einem Stiel befestigt, der ähnlich groß ist wie Trommelstöcke und so kann man die Kastanierten einfach in die Hand nehmen, wie wenn man Trommelschläge in die Hand nehmen würde und kann damit wieder auf einer Ablage oder auf dem Knie spielen. Ein freches Äffchen mit Dudelsack, ein Zentaur mit Laute und eine sich verbiegende Tänzerin? Vielleicht hast du solche Bilder schon mal irgendwo gesehen und dich gefragt, was es damit auf sich hat? Dann ist dieses Video für dich.